herzlich willkommen zu einer weiteren folge wir fahren jetzt in die die gegend verbrannte gegend kann man sagen und da habe ich ein riesiges auto riesigen autobus gesehen und dann lebt man hin und wir da teile besorgen auch viele motoren brauchen noch einen zweiten stromgenerator und da sind ein paar motoren von neuer nicht schlecht schon in der ecke, dann müssen wir weiter fahren den weg links und da war irgendwie ein riesiges gebiet mit vielen schrottteilen und autos ja wir bauen noch ein bisschen mäßig unsere position leider ist es ein bisschen mangelbar also aber gut mit stahl kann man nichts anfangen geht auch nicht ich habe so eine dart fallen gebaut und diese dart fallen brauchen halt strom mehr strom als ich habe gesamt mit meinem licht zusammen ohne kiste die man gleich mitnehmen das ist zu gebrauchen also die tabletten antibiotika der ding ist oben links den grönen und bitten bei der fahrenden weg hier ja ein bisschen lernen wäre auch nicht schlecht ne aber aktuell brauchen wir viel xp ne das ist die andere richtung muss die richtung sein normalerweise von dem gleich links irgendwo zu verschiedenen gebieten im auto rumliegen tax kann man sagen und da kann man quasi verholen die lupen werden mir eh nicht zuviel kommen hier in die ecke das ist schon das erste auto aufpassen mit dem grönen geile sind so zähne also in rohr und benzin kühler so blick die können wir noch vor looten als hier durchsuchen motor 1 bis zu 6 motoren kann ich einbauen denn so ein generator ob ich direkt ein generator auch noch wir haben schon mal links gefunden kühle das sind mal 50 schuss wir haben auch brauchen nicht auf die schuss ja du hast die jünger durst kühler ist gut so uns geht die ausdauer bin ich gerade verloren aber mehr autos da hast du noch einen baum also die fehler brauchen wir nicht also das mal amtlich also ich bin noch kurz losgefahren und löschen auf den weg viel so eine runde gut da ich auch noch nicht geschafft gehabt ich dachte mir eher das fahrer von gegend mach dann auch ein motor da habe ich doch anders entschieden ein bisschen früher zu beginnen um meinen Plänen zu erzählen ich traue nämlich viele Teile hier sind Steine Stahl hier sind Autos aufpassen hier muss aufpassen ein bisschen experimenten kann man auch noch viel alles gut batterien ist alles super das letzte mal zum schluss wissen versucht zu bluten auseinander zu legen aber wenn das gepäck von vorne ist es schlecht das haben wir so viel heute macht nur autos zum teil kochtopf breiter und die heißen heute mal schade dass ich mehr reingeht das ist jetzt ärgerlich öl kriegen wir die können wir ja verlegen können wir später wieder neu einschmelzen lassen sonst haben wir hier staune verbrannt ist auch da feder verlegen batterien da gut kann man bleiben und das kann man behaupten das braucht keine wenn man beißen und zerlegen da habe ich alle genug da die sammeln kühler das freut mich ja das ist jetzt doof vollgepackt das möchte ich nur gern nutzen für der raumblei ne das ist hier mehr singen bei weil nämlich ganz schnell weg geht überladen so mal gucken weitere autos sehe ich jetzt keine unsere fahrrad gehen moped ja oder gern machen würde ist ein fahrzeug bauen also neues fahrzeug und dann durch hier so doch versteckt entweder motorrad auto oder das ganze helikopter viele autos ist gut und gleich mal ein bisschen mit ausbringen was wir jetzt gut anderweitig verstauen können das versuche ich nicht decken können das nehmen wir raus eine einzel batterie können wir auch zerlegen behalten rohe zerlegen topf können wir auch zerlegen messbecher auch kriebe so ist auch nicht mehr nur durch zufall das können wir auch übernehmen so ab zum auto wieder voll fast ja auto ist eine große quelle auch für benzin aber auch längere sicht ist wichtig dass man benzin auch herstellen kann weil wenn man erdbohrer hat der schluckt wie verrägt der hirsche noch kein gesehen hunde oder wildschwein jahr die teile vielleicht ist auch wichtig macht ein wenig auch eine blöde steine haben jetzt genug oder will jemand geholfen werden der schuss war keine absicht und zwar ein treffer ein erfolg und dann hier steht noch mal mal aufpassen ob wir hier kein böse geräusche da kamen die geräusche auch oder geier ist eine einzelne pistole was ich dir erzählte ja jetzt bin ich mein freund immer stehend und zwei geier ich mag die geier nicht die nerven immer so denkst man dass sie los sind und wie es nicht los Ja, geil, das ist so, das ist anders auch so. Das gibt es doch gar nicht, da kann man ja kein Geier, die nerven ja gewaltig. So, 1 der Pistole, mal gucken hier, die 4er, um die immer nicht zerlegen, daneben brauchen wir nicht. Oh, zu lange braucht es dafür. Und dadurch suche einen Platz, aber das haben wir noch. Batterie, die Frangeteile, dann noch ein Auto. 2 sogar. Stein, Stein sollte ich haben. Oh, Messing. Geht nicht. Platz voll. An die Dose kriege ich nicht mit. Die Dose wäre auch nicht so wichtig, das ist nebensächlich. Lampe, Benzin, Kühle, Elektrik, Grundstoff, alles gut. Schöner Baum hier, ich bin verknorpelt. Warum wir auch. Kein Platz mehr für Holz, macht den Scheiß. Kohle. Na gut, dann brauchen wir nicht. Das muss ich nicht haben, ne. Die Dose wird immer durchsuchen. Wird so voll. Leder. Lederstoff. Irgendwo ausgeflogen. Oh, hat mich erschrocken. Blöde Tür. Wow. Ich brauch dringende Emotionen, dann ist es gut, dass ich hier mal... Na. Ist das eine Falle, eine Mine? Hier. Steiner Luft. Roselfreund. Wieder bis nächste Fee. Ein Hund ist meist nicht alleine, das ist ein Problem. Mal aufpassen. Autos. Untertitelung. Mittels. Sieht über die Art. Niemals. Ein Hund. Es ist nicht allein. Allein. Es ist nicht allein. Über die Art. Na. Baut. Deine Familie. Die Fenster, die wäten. kann so vor wie ein hund gewillt hat hier eine feuerachs habe ich ja machen wir damit ach so aber noch nicht ich möchte auch eine munition haben nicht wegen panzerbecken aber einfach weil ich kein mäßig mal suchen motor haben wir auch nicht das kann man nicht brauchen motor aber nicht dabei das verlegen geht auch nicht das ist doof auf platz autos hat weg datenmotor da hätten wir nur drei motoren ne risiko 6 dollar gut schwer zu sagen schießpulver gefolgt aber bin ich eh nicht ne wahrscheinlich oder flieger kühler batterie wenn wir zum auto laufen im moped und mir ein paar sachen an den dingen schneiden bin ich allein hier ist ja auch so verdächtig ne also meine dose oder ist mine das wird nicht testen um aufpassen dann dunkel geht sowieso nicht in spazieren aber momentiv erst kann körper eingelatscht so messing motor hammer licht batterie aber die kümmerstecken federn das fleisch für mich garantiert also hat sich schon gelohnt kann man so sagen so das geht auch nur einmal zu machen also hier müssen geister sein mächtig komische geräusche waren auf der autos das klingt verrückt, ich habe noch ein bisschen zeit da oben nur eins, dann fangen wir mal hin ich habe die hunde gehört tja wahnsinn fahren wir mit weiter ich glaube der ist auf der mine gelaufen da muss ich aufpassen, das soll es für die heutige Folge gewesen sein ich sage mal schönen Tag fürs reinschauen tschüss und winke winke tschau tschau vielleicht sehen wir uns dann das ist von mir dann machen wir hier weiter und suchen ein paar Autos tschüss tschüss tschüss